Wir setzen uns für ein Europa ein, das wirklich eine Zukunft hat, damit Frieden, Wohlstand und Freiheit eine Zukunft haben. Es geht darum, dass wir mehr davon brauchen, was Menschen stark macht, was den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt. Also mehr Solidarität mit den Schwächeren, mehr Investitionen in zukunftsfähige Industrien und Arbeitsplätze, mehr Gerechtigkeit und Respekt. Wir haben als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit Gründung der europäischen Gemeinschaften dafür gearbeitet, dass der Zusammenschluss von Staaten zu einem Zusammenhalt von Menschen wird. Zu einem Ort, an dem es um Solidarität geht, um etwas, was Gesellschaft zusammenhält, um Respekt.